Natürlich darf auch ein weiteres Spiel zwischen diesen beiden Kontrahenten nicht fehlen. Herzlich willkommen zurück, natürlich auf TakeTV mit dem nächsten Replaycast. Hier auf YouTube für euch, Hazorps gegen X-Rex. Das ist die nächste Map für euch, Jungle Basin. Wir haben X-Rex starten in rot, hier auf der oberen Position. Wir haben unten auf der unteren Position in blau starten, Hazorps. Ja, natürlich für das Team Mousesports tätig und auch schon ewig im Geschäft. Ich kenne den jungen Herr schon, seitdem er Warcraft spielt, in Anfangszeiten noch ein Toon-Two-Spieler gewesen. Und dann irgendwann immer besser im One-on-One geworden durch Spell, sein alter Teammate, auch immer stärker geworden. Spell verlässt die EPS, Hazorps kam damals rein und Spell immer untergegangen gegen Miu. Und dann kam er, der Hazorps, und hat alles klar gemacht. Der Kerl, einfach ein Urgestein mittlerweile in der Szene. Netter, netter, sympathischer junger Mann. Kommt aus dem Norden, lebt jetzt in Köln, studiert dort und ist, ja, eigentlich von Beruf oder von, wie kann man, wie darf man das sagen? Also er ist ja eigentlich kein Fulltime-Pro-Gamer, aber er ist Pro, er verdient sehr viel Geld damit. Also nicht zu knapp, sage ich mal, er bekommt ein beachtliches Gehalt, spielt viele Turniere, spielt die EPS, da verdient man natürlich auch Geld. Und von daher darf man ja sagen, dass er schon irgendwo Pro-Gamer ist, der davon nicht komplett lebt, aber damit sich sehr viel finanzieren kann. Wirklich sehr viel. Zum Spiel, ja, Jungle Base sind eine noch der neueren Maps, kann man so sagen. Weite Wege, sehr weite Wege sogar. Wir sehen es, man muss hier komplett bis zur Gegnerischen Base sehr weit laufen. Wichtig für diese Map ist zu sagen, diese Expansion ist anfangs sehr gut geschützt. Man hat hier die Destructed Rocks, das heißt, man kann nicht durchlaufen, aber, 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 als Protoss kann man hier das Pylon setzen und Units reinwurpen. Das ist die gleiche Ebene und somit durchaus eine Option. Sollte Terra jedoch expandieren, darf er natürlich nie vergessen, hier entweder Marine stehen zu haben oder ein Depot, um einfach zu wissen, was kommen könnte, wenn denn der Protoss doch wollte. Und, äh, auf der anderen Seite, ja, als Protoss-Spieler kann man natürlich auch ebenso gut ächsen und, äh, ein Makrospiel heraufbeschwören. Oder natürlich auch ein All-In-Spiel mit Four Gates und reinwurpen, falls der Terra expandiert. Das werden wir sehen. Z-Rex scheint nicht gerade der größte Freund von einer Expansion zu sein. Ist er der Spieler, der viel pushen möchte, viel Aggressionen im frühen Spiel aufbaut, um sich somit einen Vorteil zu erspielen. Zweite Barak wird diesmal jedoch nicht gespielt. Wahrscheinlich einfach wegen der Map-Größe. Wobei wir das ja auch auf anderen größeren Maps wie Lost Temple schon gesehen haben. Aber Jungle Basin, eine Map, wo ich auch lieber den sicheren Stil gespielen würde. Es sieht ganz stark nach 1-1-1 aus. Das heißt, Barak, Factory, Starport hält sich das komplette Spiel offen, will dann entscheiden, wie er weiterspielen möchte. Wer sieht jetzt auch soweit alles? Das zweite Gas hat er jetzt gerade sozusagen, ja, gescoutet. Wir sehen hier den Stalker, der gerade rausge-chrono-boostet wird und somit hier gleich dem SV das Leben schwer macht. Was sehen wir sonst noch? Wir sehen hier den Bunker. Also hat Z-Rex hier schon sehr viel Respekt. Geht hier auf Nummer sicher. Er weiß, er spielt jetzt nicht Bio-Heavy und hat auch sehr wenige Marines. Nicht mal einen Reaktor, muss man dazu sagen, an der Barak bisher. Das heißt schon, dass er da arg aufpassen muss. Hätte Hazorps zum Beispiel einen Push gespielt und vier Gates oder sowas in die Richtung gemacht, hätte das jetzt auch natürlich schon ein bisschen anders aussehen können. Aber stattdessen spielt er den Nexus, bleibt auf Nummer sicher und wird hier auf jeden Fall ein Makro-Game spielen wollen. Was auch bedeuten kann, dass das Spiel länger dauert. Und auf sowas freue ich mich natürlich. Gerade diese Late-Game-Action mit fetten Fights. Wir haben jetzt hier endlich einen Reaktor. Musste erst mal Marines bauen, um den Bunker hier halbwegs voll zu kriegen. Und gleichzeitig sehen wir hier einen Tech-Lamb auf, der Factory und auch gleichzeitig an dem Star-Pod. Ist die Frage, kommt hier der Raven? Sieht zumindest danach aus? Nein, er spielt Banshee. Er spielt ein Banshee-Opening. Also erst mal Banshee, bisschen harassen. Ich frage mich, ob er von der Echse weiß. Nein, er weiß nicht direkt von der Echse. Hätte es aber erahnen bzw. scouten können. Müssen wir mal schauen. Hazorps hat trotzdem recht früh Doppelgas. Und auch die Robotics Facility mit am Start. Er weiß, dass hier das Pushen des Gegners natürlich recht lange dauert. Und auch die Reinforcements sehr lange brauchen, bis sie da sind. Deswegen hier durchaus mehr Risiko, früher zu tanken, mehr Gas zu nehmen. Und ja, frühe Infrastruktur zu bauen. Und natürlich auch die Echse. Das sehen wir hier. Das klappt bisher auch alles soweit. Und ich denke nicht, dass Zerex hier im ersten Moment erst mal was dagegen machen kann. Was mich aber sehr wundert ist, dass er schon wieder nicht früh expandiert, sondern eher auf einen Push aus ist. Er baut jetzt auch noch eine weitere Barracks. Und ich frage mich gerade, ob er hier gleich einen guten Timing-Push hinsetzen kann. Siege-Upgrade ist noch nicht im Bau. Die Banshee, also der Banshee ist jetzt hier auf dem Anflug. Und der Vorteil natürlich an dieser frühen Robo ist, dass er jetzt hier den Observer hat. Und falls Cloak-Banshees gekommen wären, hätte er das jetzt hier recht passabel abwehren können, sag ich mal. Und er sieht ja auch die Banshee, also den Banshee. Er weiß jetzt, oh, die schnelle Reaktion von Hasops, also wirklich sehr schnelle Reaktion. Und weiß, dass theoretisch natürlich jetzt hier Cloak-Banshees kommen können. Wir sehen jetzt hier das Tim-Upgrade im Bau. Und on top haben wir beim Terra-Vas, ja, bisher eigentlich nur Mass-Marines, paar Marauder, Tanks. Immer noch kein Siege, was mich etwas bedenklich stimmt. Ich meine, es kostet natürlich eine Menge Gas. Oh Mann, lasst mich nicht krank werden. Lasst mich, oder nicht kranker. Das hört sich hier schon nicht gut an. Vielleicht soll ich auch in meiner Wohnung mal die Heizung anmachen. Ihr wisst ja, ich mach die Heizung nicht an. Ich weigere mich, hohe Heizkosten zu bezahlen. Ich gebe es lieber für Strom aus. Ja, ja, so sieht's aus. Die Banshee hier, also der Banshee, der Banshee, ja, da muss man ja mal dazu sagen. Erst ein Kill, das ist ein sehr schlechter Deal. Dafür hat sich der Banshee überhaupt nicht gelohnt. Jetzt sehen wir hier noch einen Viking. Mittlerweile drei Tanks und da kommt noch das Siege-Upgrade. Also, Z-Rex nach wie vor push, push, push. Ich möchte kein langes Game. Ich möchte den Gegner früh ausschalten. Und da legt er viel Wert drauf. Hat mittlerweile 70 Supply. Spielt immer noch aus einer Basis. Und baut fleißig Marines, Marauder, Medivacs. Hat da eine Viking gebaut. Und wir sehen erst mal keine weiteren Tanks. Aber drei Tanks mit Siege sind schon sehr beachtlich und ganz nett. Und da sehen wir ein weiteres Gate. Das sind jetzt mittlerweile schon fünf. Da kommt noch ein Templars AKF. Das ist natürlich jetzt ein sechstes Gate. Jetzt natürlich so eine recht gefährliche Situation. Denn Hasops fängt dann weiter zu tanken. Hat nicht die Riesenarmee, nur Warpgate-Units im Spiel. Hat die Robo wirklich nur für die Observer benutzt, um auch vor allem gegen Banshees gesichert zu sein. Und dann kommt hier Mr. Z-Rex und legt hier erst mal so einen Riesen-Push rein, wo er wieder mal irgendwie zehn Arbeiter mindestens mitnimmt und sich denkt, ja, ich finische den Typen einfach mal eben. Und das dürfen wir jetzt mal sehen. 83 Supply gegen 83. Beide mit gleichem Supply-Count. Und da geht es rein. Komm, gute Force, wir ziehen es natürlich jetzt wichtig. Da kommt der erste Fight. Oh, Hasu verliert hier ziemlich viel. Konnte noch nicht allzu viel aus dem Spiel nehmen. Und was macht er jetzt? Das ist die große Frage. Denn das da ist nicht allzu viel. Oh, die Tanks da hinten stehen natürlich echt auch noch passabel. Und da werden neue Units reingeworpt. Er kann Stück für Stück ein bisschen was auseinandernehmen, aber das ist mir viel zu wenig, was er hier hat. Und ganz ehrlich, was macht Hasuops jetzt noch? Ähm. Puh. Das tut weh. Die Tanks tun richtig weh. Und jetzt wird die Infrastruktur hier aus dem Spiel genommen. Was kann Hasuops in diesem Spiel noch reißen? Frage ich mich jetzt gerade. Und da haben wir noch ein paar Units, die reingeworpt werden. Er hat 71 Supply gegen 71 Supply. Aber wie viele Arbeiter sind das? 29 gegen 51. Allein das ist natürlich ein Riesenvorteil. Er muss irgendwie in die Tanks rein. Da kommt Feedback auf dem Ende weg. Er kann nicht mehr heilen. Das ist natürlich auch noch eine gute Sache. Aber das Problem, was er hat, er kann wenig Reinforcement setzen. Er hat hier zwei Gates. Und da kommt der Gegengall mit allen Probes aus meinen Sichtungen. Er weiß ganz genau, er muss das jetzt hier irgendwie halten. Charge der letzte mit am Spiel. Das ist natürlich sehr wichtig. Und er crasht ihm hier alle Tanks. So wie es aussieht. Und die Probes. Oh, wie viele Probes gehen da down? Er hat jetzt noch, wie viele? 35. Werden da noch ein paar down gehen? Ich weiß es nicht. Der eine Tank wird hier nur noch angegangen von Probes. Wie lange das dauert, bis der fällt. Unfassbar. Trotzdem, er hat es gehalten. Und jetzt diese einzelnen Reinforcements. Ich weiß nicht, ob die ausreichen, um das jetzt zu finishen. 47 gegen 40 Supply. Und Tatsache, Hasoops hat es irgendwie ganz knapp gehalten. Ich weiß nicht so genau wie, aber er hat es geschafft. Und jetzt ist er zum Spiel. Also er ist nicht raus. Er hat mehr Arbeiter als sein Gegner. Vom Income her tun die sich nicht allzu viel, da wir halt Mules auch noch beim Terra haben. Hasos Vorteil, natürlich ganz klar, die Expansion. Aber wir sehen, Zerex stresst hier gleichzeitig mit dem Drop. Haut er hier einiges an Arbeitern raus. Lässt sie nicht mehr weiter meinen. Und er hat hier gerade viele Zealots. Und da kann er natürlich nichts gegen das Medivac machen. Das ist natürlich auch so ein Problem. Wir sehen jetzt hier irgendwann doch mal die Expansion. Er hat jetzt 400 Mineralien und expandiert instant. Also Zerex mit seinem Push wirklich alles gut gemacht. Hat das gut getimt. Selbst wenn er seinen Gegner nicht crasht, hat er ihm viel Schaden zugefügt und wird jetzt einfach selber expandieren. Und was er damit anrichten kann, das werden wir jetzt gleich sehen, ist er denn auch ein guter Mid- und Late-Game-Spieler. Denn das, was ich von ihm jetzt oft gesehen habe, ist ein gutes Early-Game. Aber ich bin noch nicht überzeugt von seinem Late-Game. Denn das muss ich mir erst mal anschauen. Wir kennen ihn aus der Beta. Vielleicht kennt ihr ihn auch noch aus der Beta. Da hat er sehr viel Protoss gespielt. Ist dann doch geswitcht. Hat sich gedacht, ich nutze die Macht der Imba. Tja, ob das jetzt auch so funktioniert, das weiß ich noch nicht. Das schauen wir uns aber jetzt gleich an. Denn momentan sieht es wieder halbwegs passabel aus für Hasoops, der hier eine etwas größere Armee gegen sich stehen hat. Ne, mittlerweile gar nicht. Nicht mehr wirklich, sag ich mal. 65 gegen 72, das ist nicht allzu viel. Worauf jetzt auch noch einige Units rein. Tempest Archive wird nachgebaut. Da sind jetzt viele Zell-Hits dabei. Mit Charge natürlich auch wirklich sehr nett. Vor allen Dingen fressen die sich schnell in die Tanks und sind auch gut bei den Marines da. Und machen natürlich auch ihren Schaden. Warten wir einfach mal ab, wie es weitergeht. APM haben wir hier bei Hasoops momentan. 194. Z-Rex bei 110. Höher als in den Games davor. Und jetzt containt er ihn wieder. Units lost. Oh, das war teuer. Hasoops hat so viel mehr verloren als Z-Rex. Und jetzt geht es los. Da kommt er auf die Bio-Units drauf. Force-Feed Nummer 1 wurde gesetzt. Die Units werden hier gut geblockt von hier niemand geringer als Hasoops. Und natürlich ist die Frage, was macht er gegen die Tanks? Die stehen da unten halt prima. Mehr als das. Und er hat mittlerweile wieder einige Gates. Baut jetzt HTs. Hat natürlich Feedback. Charge. Äh, Charge ist auch mit am Start. Aber ich meinte eigentlich, äh, Storm ist noch nicht mit am Start. Das dauert noch ein Weich. Mit Storm natürlich sehr viel angenehmer gegen den Z-Rex zu spielen. Der übrigens jetzt auch die Exa hat. Slidet hier. Orbital Command ist gleich abgeschlossen. Und da geht es wieder vor. Will hier mit Hit-and-Run ein bisschen was Schaden, an Schaden annehmen, äh, also anrichten, der liebe Z-Rex. Hat jetzt aber auch weniger Units als sein Gegner. Und vom Income her ist Haso da auch noch vorne. Oh mein Gott, mein Nase ist mal komplett verstopft. Es wird immer schlimmer, mit Spiel zu Spiel. Was ist das denn? Oh, jetzt sehen wir hier einen weiteren Salid, der reingeworfen wird. Der nimmt nur ein bisschen Schaden weg. Bevor es auf die Probes geht, da werden nochmal zwei Salids reingeschoben. Und jetzt sehen wir hier, geht es gerade auf die Tanks. Ob das so eine gute Idee war, das hier zu splitten. Denn wir haben jetzt hier, wie viel Supply? 69 gegen 67. Solange die Ächse nicht fällt. Oh, damit kann er viel Schaden anrichten. Aber hat die Tanks verloren. Und die sind teuer. Trotzdem haben alle Bio-Units überlebt. Und ja, der Punkt ist, mittlerweile hat Z-Rex auch eine Expansion. Und deswegen, selbst wenn er alles erfolgreich abwehrt, solange sein Gegner auf beiden Basen ist, ein riesen Vorteil. So ist es halt. Jetzt sehen wir natürlich einen kleinen Nachteil. Wenn man als Terra hier alles wegmeint und auch noch Mules nutzt, dann sind halt einfach die Mille-Reihen-Blöcke sehr viel schneller weg. Und auf einmal hat man dann nicht mehr so viel, auch wenn man davor mithalten konnte gegen eine Echse. Tja, so kann es gehen. Und jetzt sehen wir halt auch das Income. Bei Hasu immer noch ganz beachtlich. Gut dabei. Sein Tag ist halt mittlerweile auch ganz passabel. Hat Hates, hat einen Archer mit dabei. Weil Sentries sind auch noch mit im Spiel. Charged-Serlet sind auch dabei. Und natürlich auch den einen oder anderen Stalker noch. Aber solange er das Amulett-Upgrade auch noch mit dazu hat. Oh, jetzt sehen wir hier einen weiteren Drop übrigens. Solange er das Amulett-Upgrade auch noch mit dabei hat. Und da sind die Hates natürlich echt richtig nice. Jetzt sehen wir, ich versuche hier gerade noch ein paar Units rauszunehmen aus dem Spiel. Ja, das Mediwerk hat keine Energie mehr. Schöner Versuch jetzt hier das Mediwerk aus dem Spiel zu nehmen. Eins, zwei, drei und vier. Da geht es down mit den Units. Gut aufgepasst von Hasorps. Hat er drei, vier Units plus Mediwerk aus dem Spiel genommen. Und das ist natürlich einfach sehr beachtlich, dass man so als Spieler da noch drauf ist. Man versucht das erstmal hier abzuwehren, was ja schon nervig genug ist. Aber gleichzeitig schon einen Schritt weiter denken. Das ist natürlich das, was es ausmacht. Hier mit dem Stalker runterlaufen, genau da stehen. Man weiß einfach, wenn ich da stehe, treffe ich ihn hundertprozentig. Die Frage ist zwar, kriege ich ihn gekillt, aber er hat es versucht und es hat geklappt. Und so kann es dann gehen. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht von ihm. Tja, einfach nur ein sehr, sehr schönes Spiel von diesen beiden Jungs. Der eine versucht sich zu stressen jetzt. Sehr aktiv immer Z-Rex und Hasorps sehr defensiv. Auch vor allem, weil er nun mal gerne die frühe Expansion spielt gegen Terra. Wahrscheinlich, wie wir Hasorps ja kennen, oh, Terra ist so immer, du brauchst eine Exe, ohne kannst du nicht gewinnen. Ich nehme dazu natürlich keine Stellung, aber das ist, wie ich es mir ungefähr so vorstelle. Units loss sind wir mittlerweile, ja, ich sag mal so, Hasorps hat dem Z-Rex mittlerweile doch schon ein bisschen mehr gekillt, insgesamt, aber trotzdem noch weit hinten hat er wirklich mehr Units und Ressourcen verloren. Zu dem RPM sehen wir hier momentan, dass es immer weiter steigt auf beiden Seiten. Natürlich geht es in diesem Moment einen Average-Punkt runter, aber insgesamt ist er gestiegen von vorhin 90 irgendwas auf 100 und jetzt 115 sogar schon, also inzwischen habe ich 110 gehabt. Und jetzt geht es weiter, Feedback drauf und wir sehen, der Medivac hier ist im ganz dunkelroten Bereich. Da kann er immer viel machen. Blink ist jetzt erforscht. Cloak, Cloak, jetzt eigentlich eine sehr gute Entscheidung, auf Cloak Benchies zu gehen. Und ich frage mich gerade, ist er gerüstet? Oh je. Das könnte gefährlich werden. Cloak könnte jetzt richtig reinhauen. Entschuldigung, Jungs, aber das wird hier immer schlimmer. 123 Supply momentan gegen 142. Marine geht drauf. Und da werden Reinforcements nachgeschickt. Jetzt erstmal ein bisschen ruhiger. Die Frage ist, wird Haso sich vortrauen? Ich denke, er nicht. Er will nur die Map Control halten und sollte seine Arbeiter wieder zurückschicken. Das macht er auch. Da passt er auf. Will jetzt natürlich den In-Kampf-Vorteil behalten, hat die zweite Ex am Start, den In-Kampf-Vorteil hat er. Er hat auch 16 Arbeiter mehr. Und wenn er es schaffen kann, seinen Gegner erstmal der Base zu halten, dass er nicht rauskommt, ist doch alles ganz gut. Oh, was sehen wir hier? Die DT ist mit im Spiel. Oh, das tut weh. Wie viele Kills haben die? 13 Kills. Lass mich nochmal zurückgehen. Ganz kleines Stück. Oh, war das vielleicht zu viel? Da sehen wir das Pile. Warten wir es einfach nochmal ab. Okay, das war jetzt doch ein bisschen viel. So. Hat jetzt auch nicht viel Unterschied gemacht, oder? Und da sehen wir das Pile. Und das habe ich ja vorhin angesprochen, dass man hier Units einfach reinwarpen kann. Tja, und so spielen sie beide unsichtbare Einheiten. Sehr, sehr fies. Und da warpt er zwei DTs rein. Und was können zwei DTs machen? Boah. Und da sind auch so viele Einheiten. Oh, da kommt noch, da kommt sogar noch ein dritter DT. Einen schickt er gleichzeitig nach oben. Und schaut euch das an. Das tut höllisch weh. Da steht da eine Riesenarmee und kann nichts machen. Zumindest vorerst nicht. Muss erst mal runterrennen. Was macht er da? Sollte hier weiter auf die Arbeiter gehen. Wir schauen uns das mal an. Neun Kills. Zehn. Oh mein Gott. Was für eine geile Aktion von Hasops. Und wie lange es dauert, bis Zerex das rafft. Und dann, als er die Armee spittet, will Haso hier hochgehen. Aber da stehen einige Tanks. Da hätte er und noch einen Storm reingehauen in die Bioforce. Also Hasops will seinem Gegner aber auch wirklich das Leben schwer machen. Da sehen wir übrigens zwei Ghosts und haben hier EMP gesetzt. Somit der DT hier gerade gefallen. Schöne Aktion. Aber ob das nicht äh, na gut, hatte vielleicht kein Scan mehr, aber auch teuer, da den EMP zu setzen. Hasops zweite, beziehungsweise dritte Base steht und läuft. Die zweite Echse gleichzeitig hier mit 143 Supply unterwegs. Will er jetzt von hier reinkommen? Oh, wir sehen es, dass er immer wieder jetzt hier Stress wieder ein TTT ins Spiel gebracht. Und solange keine Turrets da sind, muss er hier entweder EMP oder Scans nutzen. Und das mit den Scans ist natürlich auch eine sehr begrenzte Sache. Er hat jetzt gar keinen Scan mehr im Spiel. Und dieser eine DT macht ihm das Leben zur Hölle. Und jetzt denkt sich Zerex, was soll ich anderes machen? Ich gehe jetzt raus und pushe meinen Gegner. Und gleichzeitig sagt sich Hasops, mein Gott, mach das doch. Und ich mache es selber, Goron zerstöre deine Echse. Der Vorteil liegt auf jeden Fall auf Seiten von Hasops. Der hat nämlich zwei Echsen noch am Start. Auch wenn hier nicht mehr die Mega-Resourcen am Start sind. Bis er aber hier alles finishen kann. Oh, dauert das ewig. Und da haben wir den ersten Storm schon wieder gesehen. Und das macht Hasops immer wieder sehr schön. Setzt hier noch einen Storm, will die Energie irgendwie nutzen. Gleichzeitig finisht er jetzt hier die Expansion und somit kein weiteres Income mehr für den Terraner. Und gleichzeitig sehen wir hier, dass das auch ein bisschen was dauern wird. Ach, nicht ernsthaft. Dieser eine DT. Jetzt wird er gescannen. Aber das war es dann auch. Und da werden nochmal Units reingewarpt. Und da rennt er jetzt, will er in die Expansion ein. Und seht ihr, das kostet halt Zeit, die Cannons zu kicken. Alles Zeit, die er nicht hat. Denn in der Zeit macht Hasops ihn komplett nass. Dieser Storm sitzt auch wieder fleißig. Irgendwann sind natürlich auch die Medivacs von der Energie leer. Wobei da ist noch einiges zu holen. Zieht sich jetzt mit den Probes zurück. Und wie es aussieht haben wir hier nur noch 90 Supply gegen 140. Vor allem einige Storms. Ich frage mich nur, ob Hasops sich jetzt zurückziehen wird. Oder ob er hier bleibt und versucht alles zu kicken an Gebäuden. Wobei das sehr schwer sein wird. Wir sehen jetzt hier, da fliegt schon so ein Orbit Command rum. Oh mein Gott. EMP genutzt. Der Tank geht auch noch down. Jetzt auch noch Force Feeds mit am Start. Das ist natürlich nice. Sollte hier weitere Force Feeds setzen. Weil dann kommt der Z-Rex einfach nicht hoch. Oh, das wird knapp. Entschuldigung, Freunde. Und jetzt geht es hier weiter. Storm gesetzt. Und die Marauder werden gekickt. Und der Storm haut halt rein, wenn man nichts dagegen machen kann und auch da blöd rumsteht. Versucht hochzufahren. Und jetzt droppt er einfach rein. Mittlerweile hat Hasops hier eine zweite Armee aufgebaut. Hat hier einiges an seiner letzten... Boah, Storm. Hier, guckt euch die Medivacs an. Und da kommt auch einfach das GG von Z-Rex. Sehr schön gespielt von Hasops. Oh, übrigens waren die Farben das ganze Spiel lang falsch. Es tut mir leid. Warte, ich ändere es nochmal nachträglich. Ja. Nicht wundern. Nicht wundern. Oh, Mann. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich hier krank. Das darf so nicht weitergehen. Ich hoffe, euch hat das Spiel trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr kommentiert, bewertet es natürlich. Und wenn ihr wollt, gerne abonniert natürlich meinen Channel TakeTVTaxen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter helft, diesen Channel hier aufzubauen. Ich werde natürlich so viele Spiele, Videos, Interviews, was auch immer für euch aufbereiten und online stellen mit meinem kleinen Team, das ich mittlerweile habe. und wenn ihr helfen wollt, ihr könnt gerne Top Replays mir natürlich über YouTube oder Facebook schicken. Facebook, da findet ihr mich unter Take-TV. Gerne dort auch sozusagen auf Gefällt mir stellen. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesen Games.